Vienna Invest Ihre Immobilienverwaltung in Tschechien Vienna Invest SRO spezialisiert sich auf die Verwaltung von Immobilien und Realisierung von Investitionsvorhaben. Unsere Firma wurde 1998 in Brünn gegründet. Zuerst haben wir 15 Jahre lang wertvolle Erfahrungen in der Immobilienverwaltung in Wien gesammelt. Diese Erfahrungen sind nunmehr die Basis für unser Know-how, das wir in Tschechien erfolgreich einsetzen. Standardmäßig bieten wir unseren Klienten Verwaltung von Wohnhäusern, Bürogebäuden, Geschäftshäusern und Industrieimmobilien, Zahlungseingänge, Mahnungswesen, Betriebskostenabrechnungen, Mietverträge, Neuvermietungen, Koordination und Kontrolle, Schneeräumung, Wasser, Warmwasser, Gas, Stromlieferungsevidenz. Vornahme und Beaufsichtigung von Erhaltungsmaßnahmen Übliche Erhaltungsarbeiten und deren Bauaufsicht Abrechnung, Rechnungskontrolle, gesetzliche Revisionen und eventuelle Mängelbehebung durch beauftragte Professionisten. Vienna Invest Bewertung, Entwicklung Analysierung und Ertragssituation Empfehlung und Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Immobilie Begleitende Beratung beim Ankauf oder Verkauf von Immobilien Rechts- und Steuerberatung durch Spezialisten Kontaktherstellung zu Behörden Führung von Verhandlungen Engineering Bei Investitions- und Bauvorhaben bieten wir unseren Auftraggebern Engineering und Bauaufsicht an. Vienna Invest Immobilien Spektrum Wohnhäuser Büro- und Geschäftshäuser Gemischtgenutzte Häuser Industrieimmobilien Wohnungseigentumshäuser Besonders in Brün, aber auch in Iglau Znaim und Budweis Fachliche Kompetenz ist unsere Stärke Sprache Die meisten unserer Mitarbeiter, aber auch die von uns beauftragten Steuerberater, Buchhalter, Anwälte und andere Vertragspartner sprechen Deutsch. Durch ständige Schulungen unserer Mitarbeiter halten wir unser Fachwissen auf aktuellem Stand und werden den hohen Anforderungen im Immobilienbereich gerecht. Vienna Invest Für jeden Eigentümer bzw. jede Liegenschaft wird auf Wunsch ein eigenes Bankkonto geführt. Auf diesem Konto werden alle Zahlungseingänge gebucht. Das Konto wird jährlich oder zu vereinbarten Terminen abgerechnet. Darüber hinaus kann der Eigentümer jede Zeit über Internetbanking in sein Liegenschaftskonto Einsicht nehmen. Gemeinsam mit unserem Partner Firma Money Office bieten wir Finanzierungen an. Verschafft Ihnen das nötige Geld für Ihre Investitionen. Kredit Abwicklung über Banken in Österreich, Tschechien und der Slowakei Nützen Sie Chancen der verschiedenen Währungen. Finanzierung wahlweise in Euro, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Slowakische Krone Wir bieten Faire Konditionen und Verträge Geeignete Kreditkonzepte Rasche Abwicklung und Auszahlung Begleitung des Kaufes in allen Phasen Marktkenntnisse am Geldmarkt und bei Immobilien Kompetente und individuelle Finanzierungsberatung Genau auf Ihr Projekt zugeschnitten Auch Zinsabsicherung durch Zinscap möglich EDV-Ausstattung Wir verwenden ein exzellentes EDV-Liegenschaftsverwaltungsprogramm, das uns ermöglicht, zu jeder Zeit unseren Klienten aktuelle Auszüge, Übersichten und Auswertungen per E-Mails zu senden. Vienna Invest Vienna Invest SRO Ihr sicherster Weg zum Erfolg Vienna Invest Autobriär 1933 bis600 88 Vertrag